Du, blühen Blumen immer wieder? Tja, Sonne, Mann. Alles, was natürlich wächst, ist wie ein Kreislauf. Es lebt auf, blüht, kommt wieder. Mein neuer Zahn auch? Nee. Zähne sind zwar auch natürlich gewachsen, aber die sollen ein Leben lang kalten. Dabei hilft uns heute Kolgate. Ich zeig dir's. Sieh mal, dein Zahn. Außen heil. Aber der Zahnschmelz verliert täglich Mineralien. Das kann unsichtbare Schäden geben. Innen. Und dann kriegst du Karies. Oi. Muss aber nicht, denn wir haben Kolgate. Ihre Mineralien bilden unsichtbare Schäden zurück, bevor Karies entsteht. Deswegen hat Kolgate Fluor und Mineralien. Und dann bleibt mein Zahn heil. Mhm. Kolgate Karies Schutz als Zahncreme oder frisches blaues Gel bildet unsichtbare Schäden zurück, bevor Karies entsteht. Also lass unsichtbare Schäden zurück auf. Vielen Dank.